Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ich habe hier Zufall ein neues Add-on gefunden, welches super nützlich für die Hardcore-Variante in World of Warcraft Classic ist. Und das wollte ich euch kurz zeigen. Das Add-on könnt ihr ganz gemütlich über den Curse-Client runterladen, den ihr sehr wahrscheinlich benutzt. Solltet ihr Curse-Client noch nicht kennen, um Add-ons wie World of Warcraft runterzuladen und zu aktualisieren, da sucht bei mir dann einfach nach Curse-Client. Auf meinem Kanal habe ich mal vor Monaten ein Video gemacht. So, aber jetzt zurück zum Add-on. Hier ist der Name des Add-ons. Classic Bestiary. Ich denke, so wird das ausgesprochen. Wie gesagt, einfach den Namen hier in Curse-Watch-Client eingeben und runterladen. So, was macht dieses Add-on? Was macht es so interessant, vor allem für die Hardcore-Variante? Habt ihr das installiert? Dann begebt ihr euch einfach mal in die freie Welt, geht zu dem Mob, den ihr gerade töten möchtet, geht mit der Maus drüber und dann erscheint der Tooltip. Und in dem Tooltip könnt ihr jetzt sehen, dass mir das Add-on anzeigt, welche Fähigkeiten dieser Mob hat. Zum Beispiel haben wir da Blitzschlag und Welle der Heilung. So können wir uns ein bisschen darauf vorbereiten, mit welchen Angriffen uns der Gegner überrascht. Wollen wir zu diesen Fähigkeiten noch mehr Details haben, drücken wir einfach die Steuerungstaste. Und dann sehen wir unter der jeweiligen Fähigkeit noch eine Beschreibung. Zum Beispiel bei Welle der Heilung. Das Ganze ist nur auf Englisch. Also für diejenigen, die das Englische vielleicht nicht ganz so mächtig sind, tut mir leid, aber das Ding ist nur auf Englisch. Aber selbst wenn ihr euch die Details nicht durchlesen solltet, denke ich, ist allein schon die Übersicht der Fähigkeiten wie Blitzschlag oder Welle der Heilung in diesem Fall schon nützlich. Weil man allein damit dann schon was anfangen kann. Man kennt den Blitzschlag von Schamanen. Man kann sich schon vorstellen, was eine Welle der Heilung ist. Und dann weiß man, okay, der wird sich wahrscheinlich selber heilen. Muss ich gucken, dass ich den Zauber, wenn er den wirkt, kicke. Oder dass der Kampf halt ein bisschen länger dauern wird, bis er kein Mana hat. Und ja, und so kann man dann, bevor man irgendwelche Mobs angreift, kann man sich schon mal angucken. Okay, was können die? Greife ich den an? Wenn ich ihn angreife, auf was muss ich gefasst sein? Wie gesagt, super nützliches Add-on für die Hardcore-Variante. Wenn ihr Bock habt, ladt es euch runter. Ich werde den Link zu dem Add-on auch in der Kanalbeschreibung verlinken. Und ja, viel Spaß beim Ausprobieren. Ich hoffe, es ist auch nützlich für euch. Und bis zum nächsten Mal. Adios.